... Tja, hier kommen wir nicht durch. Äh doch, da kommen wir durch, aber von da kam man glaube ich. Ich geh mal hier rein. Das sieht bekannt aus, ist aber glaube ich woanders. Was ist das hier? Ah, Speiseraum. Oh nein. Hey, ein Messer. Juhu, ein sprechendes Messer. Und wenn wir mal die beiden kombinieren? Oh, okay. Das klingt super. Tja, können wir hier sonst noch irgendwas machen? Frühstücken? Näh. Okay, hier leuchtet irgendwas, nur Notrationen. Okay, das können wir schon. Gut, ein Messer haben wir uns auch geholt, das ist ja schon mal sehr gut und ansonsten weiß ich jetzt nicht. Ich bräuch, ich müsste diesen Raum finden. Ich hab hier noch nicht... Hey, warum wird das offen? Oh, Honey, du kannst hier nicht kommen. Ich arbeite für dich auf eine Überraschung. Was ist das? Schönes Versuch. Der lügt doch. Ah. Alles in Ordnung, Schiff wird angegriffen. Ist der Vater immer noch am Spionieren da hinten? Da ist der Vater am rumspionieren. Da ist der Vater am rumspionieren. Ich kann nicht schlafen. Auf einer Mission. Schiff unter Attack. Alles ist gut. Die Frage ist, wie kommen wir durch die Tür mit der Überraschung? Müssen wir den Hauptcomputer abschalten, irgendwie? Da müssen wir mit Sicherheit rein. Das ist wahrscheinlich genau die Tür, wo wir rein müssen. Aber ich hab noch keine Ahnung wie, ehrlich gesagt. Sind wir da rausgekommen oder müssen wir da den Hauptcomputer abschalten? Ich weiß es nicht genau. Da sind wir rausgekommen, okay. Was bist du so glücklich? Tja, dann weiß ich momentan ehrlich gesagt auch nicht genau, was wir machen können. Eine Häkelnadel haben wir, einen Mini-Raumanzug, die Space-Karte. Moment, da klingelt es gerade. Ich, äh, speicher mal eben und bin gleich wieder da. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Broken Age. Entschuldigung, ich musste gerade mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Eigentlich wollte ich das in einer einzigen Aufnahme durchziehen. Aber da wurde ich gerade unterbrochen. Äh, der ist ja mal ein bisschen schwierig. Nein, weg, ich wollte dich nicht. Äh, weiter um die Mission kümmern. Äh, weiter um die Mission kümmern. Ja, natürlich. Dann krieche ich hier mal wieder durch. Delete. Hm. Wie kommen wir in den Hauptcomputer? Oh. Oh. Die Olle ist nicht da. Das heißt, wir haben eh gar keine Kontrolle über nichts hier. Moment, ich stelle das Mikro nochmal richtig. So. Wir haben keine Kontrolle über nichts. Crochet. Oh, der feine Herr. Ähm. Wir können hier also gar nichts machen. Das ist alles eh nur Fake und sieht nur gut aus. Aber finde ich schon geil, was die dem hier hingebaut haben. Die Frage ist nur... Warum? Warum, warum, warum? Ne, hier können wir eh nichts machen wahrscheinlich gerade. Hm. Ich muss ab und zu mal husten, mich da selbst weg muten. Wie kriegen wir die Mutti da weg? Das Messer aus der Küche haben wir. Und hier kommt sofort die Mutter und sagt, ne komm Junge, iss nicht. Hey. Warum wird das offen? Die lügt doch auf jeden Fall. Hm. Hm. Hier können wir... Hier sind wir eh wieder zurück. Dann kommen wir wieder da runter. Das heißt, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Bringt also gar nichts. Was wir aber machen können... Wir haben ne Häkelnadel. Warte mal. Wir haben eine Häkelnadel. Ich weiß nicht genau, ob das funktioniert. Ähm. Es gibt ja nur eine Sache, die man hier häkeln kann. Weißt du? Oder stricken oder was auch immer. Oder weben. Was haben wir denn hier? Okay. Die Frage ist, können wir das einfach so machen oder müssen wir dann bestimmte Voraussetzungen haben? Okay. Sobald er den Countdown startet, dann müssen wir irgendwas haben, was so ähnlich aussieht wie das. Lalala, lalala. Ja, wir können ja. Alpha, das geht ja nicht, ne? Das funktioniert ja nicht so gut. Nehmen wir einfach mal das Grinsensystem. So, da haben wir jetzt... So, können wir jetzt ganz schnell... Äh. Was? Das ist falsch. Ich muss das irgendwie hinkriegen. Äh. Das haben wir eh verguided jetzt. Verdammt. Oh mein. Ich... 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 Irgendwie kann der nicht so viel kombinieren. Vielleicht können wir was mit dem Marek kombinieren. Die ganzen Gegenstände. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Hm. Ich wollte mich da noch umgucken. Das habe ich nicht gemacht. Nur Notration. Ich... Yh... Eine berechtigte Frage. Du kannst ja raus in den Weltraum. Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt nach draußen gehen? Wir sind jetzt in diesem gefährlichen Sektor. Oh Mann hey. Wir können doch eigentlich mal, wir sind ja jetzt, wir sind doch jetzt im Alpha Sektor, also hier in diesem Alpha Diablo Sektor, können wir da nicht irgendwie nach draußen mit dem Raumanzug oder kleben wir da immer noch an der Hülle fest und sehen nichts vom Hintergrund. Das würde mich mal interessieren, ob man jetzt, äh hier ist lecker lecker. Ich habe eh das Gefühl, dass wir hier noch zu wenig gemacht haben, dafür, dass wir, ah nein, 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 ich bin falsch, ich bin falsch. Dafür, dass wir, hier war die Stricknadel her. Ah, da ist der Strickfreund wieder glücklich, da freue ich mich. Oder Häkelfreund oder whatever. Hier, sind wir hier richtig? Ja, da ist die Zugfahrt. Und hier können wir nach draußen, das ist schon mal sehr gut. Ich frage mich, ob wir vielleicht in der Außenhülle am Raumschwind lang klettern können, irgendwie. Wenn rechts das Zeug nicht wäre. So. Wenn rechts das Zeug nicht wäre, das kriege ich da ja auch nicht weg. Und der Diablo-Sektor, sind wir mal ehrlich, oh. Oh. Okay, durchschneiden. Wir haben doch jetzt ein Messer. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde das Wasserhülle klettern. Was könnte möglich sein, dass es falsch ist. Oh Gott. Nein, Wasserhülle. Das ist in der Raumschwindigkeit. Das war so klar. War ein Versuch wert. Wir können uns losschneiden. Hm. Haben dann aber keine Luft mehr. Aber wir haben doch so ein... Aber wir haben Druckluft. Wir können... Ich mach das mal gerade. Ich probier das mal aus. Wir haben Druckluft. Ist ja Luft. Ne? Druckluft ist ja Luft. Das heißt, wir können uns selber eigentlich mit Luft befeuern. Das Problem ist nur, wenn wir uns losschneiden und rumfliegen... ...haben wir keine Möglichkeit zu kontrollieren, wohin wir fliegen. Wir bräuchten also noch einen Feuerlöscher oder sowas. Wer Wall-E gesehen hat, weiß Bescheid. Du weißt Bescheid. So kann man das vielleicht irgendwie... Okay, das sieht schräg aus. Aber es funktioniert. Und jetzt... Trotzdem ist da ein Loch im Anzug. Juuuuhu. Oh nein. Wir müssen weit weg. Komm an, Legs. Ich wünsche, ich hätte ein bisschen Propuls. Okay, wir brauchen also dringend... ...ein Feuerlöscher oder ähnliches. Aber da hier nie Feuer ausbricht... Da war doch grad was. So, hier ist glaube ich gar nichts, ne? Beim Zug. Wer könnte denn Feuerlöscher oder sowas haben? Na, hier können wir... Hier können wir nichts machen. Hier können wir... Hier können wir vielleicht... Was tragen? Was tragen? Ich glaube, sie hat es bronziert. Ich könnte... Ich probiere mal ein bisschen. Ja, natürlich. Okay, hier können wir nichts machen. Das funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie... Vielleicht bei ihmchen hier? Obwohl, hier haben wir die Häkelnadel eh her. Und ich glaube, der Rest sind Fake-Konsolen und tralala. Erstechen will ich den auch nicht. Ansonsten probiere ich da mal rum. Die einzigen, wo wir wirklich noch gar nichts gemacht haben, sind die beiden Kartenspieler hier. Die, äh... Hängen da herum und chillen ein bisschen. Das hier wäre doch eigentlich... Das sieht doch aus wie ein Feuerlöscher... Also nicht ein Feuerlöscher, aber das sieht zumindest aus wie eine... Eine Schlagsahne. Aber... Aber... Aber, aber braucht das Ding nicht das Rohr hier, wo die Sahne rauskommt? Da hinten haben wir noch eine. Ach, süß. Okay, da nach oben? Oh, aber die Schokoladensauce sieht so lecker aus. Ja, na komm. Ja, sorry, I just want to practice my Avalanche-Rescue-Skills. Oh, because that situation comes up a lot in space? Come on, Nesvon. I could use the hours. Alright. Position one, everybody. You're not gonna believe this, but... There was another Ice-Cream-Avalanche? Yay! Pff. Ich mag die. Okay. Können wir jetzt bitte gehen? Äh, strange feature? Wir wissen doch inzwischen, dass es eine Luke ist. Okay, na gut, ist auch egal. Können wir vielleicht... Können wir euch da rausschneiden? Ja, ja, ja. Können wir euch da rausschneiden? Okay. Vielleicht mit Schlagsahne besprühen? Okay, wissen wir... Ich weiß Bescheid. Hey, willst du diesen Krochet-Hook? Ja, dann hätte zumindest die Mission endlich mal ein Ende. Mit dem Gary hilft's ja nicht. Ich glaube, es bringt nichts. Wir müssen nochmal aufessen. So. Und raus da. Wir haben eine Sprüh-Sahn-Düse sozusagen. So, damit gehen wir nochmal nach draußen. Ich hoffe, jetzt haben wir alles. Die müssen wir doch wie eine Lenkdüse benutzen können eigentlich. So, Warnung Luftschleuse. Hm, 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 hm.